da jetzt das ist immer noch er ist ein Eimer das ist ja ein Tag und ja warte mal was habt ihr vor mir? Ey, die beste Ausricht auf Simons Burg, ey Keine Ahnung, was die vorhanden passt, geil Kämen aus? Ja Ja, natürlich auch Das werd ich ja gleich sehen Ah, Mann Dieses Wasserloch da in deiner Burg soll das Swimmingpool sein oder sowas ähnliches? Keine Ahnung, das war einfach ne Deko In meiner Burg? Achso, ich dachte grad, hey, Wasserloch, hä? Smaragdblock Naja, damit wollen sie sich noch später, äh, mehr, äh, cheaten Gewusst wie, ne? Naja Schicke Kisten Oh weia, hast du hier viel Kohle drin Willst du's haben? Darf ich mir, äh, Stacki Kohle nehmen? Lass doch 5 Stacks sein Schöchtern mit Alles klar Ich nehme mich mit Ich bin ein Creed Mann Scheiß alle noch immer Ach, schön, ich werde mit dem Essen immer Fackelmeer Dankeschön Boah, ich bin so langsam geworden, kann das sein? Äh, äh Wer ist denn das? Was ist was? Ich bin grad oben bei dir und, äh, das sieht voll komisch aus mit, mit diesen Werkbänken da in der Wand Ich muss nicht holen damit Du hast doch genug Raum, die irgendwo hinzustellen Ja David, wie weit bist du eigentlich mit deinem Haus? Ich? Ah ne, Pascal, sorry So gut wie fertig muss noch ein bisschen eingerichtet werden Ah, okay Ging ja schnell Wo ist eigentlich unsere Gottheit? Die muss mal ein bisschen verschönert werden, kann das sein? Nicht so schön Ist doch schön, findest du? Ich find die nicht schön Hey Echt jetzt, sie sieht aus wie so... Ne, bei mir und Pascal, ja Mit ner Nachtlangeweile Ah, hier sind Schienen Ja, die kennst du dir Oh David, ich... Ach Pascal, ich will mir mal deine Bude anschauen Hä, ich seh... Ne, das ist... Ah ne, das ist nur ein Dreckhaufen Ah ne, das ist nur ein Dreckhaufen, okay Farming Ok Quick, Quack, Quack Kniggedyknack Ok Kniggedyknack, knack Ach ja, Kassi, wusstest du, dass Verena und Stefanie wieder beste Freunde sind Keine Reaktion von Kassi Was denn? Ich hab dir gerade was erzählt Was denn? Verena und Steffi sind wieder beste Freunde Ne, ne, oder? Doch Ne, oder? Steffi war heute hier Und, äh... Dann hat sie gesagt Ist Pascal sauer auf mich? Ignoriert er mich? What the fuck? Kann das sein, dass ich dich werfe? Ich so, das musst du ihr bestes selber fragen Hilfe Oh, egal Mach du dich kaputt Sie würde dich denn wohl immer anschreiben oder so Und du antwortest nie oder so, meinte sie Hä, hä Hä? Ich glaub schon, das ist doch deine beste Freundin Hilfe Geil, zwei, drei, ne, zwei Endys Pro Kackfleck Kackfleck, genau Und dann schweiß ich... Scheiße, jetzt hab ich das vergessen Ach man, jetzt hab ich das vergessen Ich weiß aber, die Endemänner verschwinden bei mir immer irgendwie Ja, hier kannst du nur nachbekämpfen h war schweiz schweiz mehr hause mann so ich hab hier nämlich vorhin irgendwo mal Lava fließen sehen und wollte ich mich mal umschauen Oh shit! Aua! Scheissdreckiger Was zur Hölle? Äh, muss ich jetzt mal eingegangen nach oben Hab ich Holz mit? Ja, gut Schließen Oh, wo ist denn der blöde Eingang? Da Eisen Ja Es ist schon alles gut hier Wie sie alles so leise sind Ja, ne? Wie ist Ihnen das Wetter zur Zeit? Das würde mich jetzt mal brennend interessieren Das wird das bei mir genau wie bei dir Dunkel Ich rede jetzt ja auch nicht von hier Sondern ich rede jetzt mal zum Beispiel von Kevin und Tima Scheiße, den sind noch nicht durchgegangen Den ist es genauso Warte, Kevin, komm lass das mal probieren Kevin, wo bist du? Warte, ich hab das nötige Zeug dabei Die planen schon wieder irgendwas Was geht? Nein, ich will nur was ausprobieren Ich komm zu dir, stehst du noch da wo du bist Boah, scheiße Ich rieche gleich ab Ich rieche mal nicht am ganzen Tag Was bist du? Ach, bitte Alter, wie viele Endys sind hier? Du bist da runter schubst Ich rieche dich Keine Ahnung Endermans klingen richtig unheimlich Leute, was ist das hier für eine Trophäe? Oh Mann, Gott Was soll das sein? Keine Ahnung Boah Was Kai, was machst du denn? Ich war das nicht Du weißt ja nie was Oh scheiße, regnet das? Ja Ich merk nichts vom Regen Ich bin in den Ja, ich hör's aber Vielen Dank Ui Ui Alter Kevin Wie weit bist du eigentlich bei deiner Hütte, Pascal? So gut wie fertig Zeig mal Skidit Bam Wo ist deine Hütte nochmal? Keine Mama Ich mein, die war hier hinten bei der Hühnerfarm, oder? Kann das sein? Was soll das? Oh du leckst voll, Pascal Nein Bruder Keine Ahnung, war gerade nur ganz kurz Kann mich nicht Ich weiß, ich muss das futtern Oh mein Gott Boing 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 Na ich war ganz so fröhlich am rumhüppeln Hüppeln? Pascal war auch vor mir am rumhüppeln Simon blüht zu langsam auf hier Blühe auf Hier kommt es doch nicht raus Ja Ja ich sag nur Wasser, ne? Ja! Ja! Er sagte, dass ich das war, Mann! Scheiße, was hab ich denn hier gemacht? Was? Du sitzt doch nicht hier, nee! Wie jetzt? Das sieht straight aus, finde ich. War es jetzt doch Kevin? Nee. Alter, halt die Fresse, du warst das. War ich ja nicht. Da haben wir von oben untergucken. Halt hinten am Fenster. Von oben? Ja, da vorne. Hier. Warte, ich wusste, auf die Ende zu holen. Ah, dass du immer drauf aufpasst, oder was? Sozusagen. Das ist sehr schön. Oh, das ist ja nur aus diesem Stein gemacht. Okay. Da ist ich. Oh mein Gott, die Hühnerfarm. Das ist keine Hühnerfarm. Nicht, was ist das denn? Alles pipapo. Wo ist die Hühnerfarm? Wo ist die Hühnerfarm? Weizen. Okay. Ah, toll. Wow. Wo bist du? Wo bist du? Waaah, Gironimo! Ich glaube, es sollte Gironimo heißen. Ja. Boing, boing. Ich bin bei der Gottheid, Kevin. Ich bin bei der Gottheid. Ich bin bei der Gottheid. Ich bin bei der Gottheid. Weiter weg. Ja, ich muss sowieso, glaube ich, mal zu mir. Ich wette, bei mir ist jetzt auch irgendwas kaputt. Ich weiß nicht. Ich bin bei mir. Ich bin bei der Gottheid. Aber die Landschaft hier ist echt geil, bei dem ehemaligen Karstenhaus von David. Das ist ja. Aber da oben ist immer noch so'n quadratischer Erdkackdingen. Ja, das ist voll der Schleck, ey. Scheiße. Wie hast du das jetzt? Ich mach das extra. Wie hast du denn das jetzt hingekriegt? Hä? Ich hab doch grad Pascals noch rumgesprungen. Oben haben ein Dach und dann halt ein Sprung zu weiter. Mensch hat runtergeflogen. Ach nee, Pascals ist gestorben. Ich dachte schon, ich hab doch grad seinen Namen gelesen. Kann doch gar nicht sein. Uncool. Uncool. Oh, Omo Pascals. Wo bist du Simon? Ich? Hm. Weil Gottheid. Oh, ist er weit. Die Gottheid, du meintest das Schwedere Ding, oder? Ja, keine Ahnung wie ich das soll. Ja. Alter, das ist Fritz, ja. Wie bitte? Das ist Fritz. Wie heißt das halt so? Klaus Bärbel, okay. Getauft auf Klaus Bärbel. Geil. Los Bärbel, okay. Hat nichts anderes eingefallen. Bärbel. Ja, was ist das denn hier? Ja, was ist das denn hier? Ich glaub kann, er ist nie... ... ne Haus von jemandem gefunden, oder so. Schon wieder ne Bude von David, oder so. Was? Schon wieder ne Bude von David, oder so. Ähm, Telefonkots auf K. Ja, der kann sich nie... Was geht denn? Telefonkots, Moment. Alles klar. Du, 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 du. Willst du gleich da sein. Okay. Wo bist du gleich da? Wer ist sie? Gott, halt. Ach Gott, ihr wollt mich da alle verarschen, oder? Äh, ich bin jetzt wieder in der scheiß Schlucht von letztens. Ja, ihr habt mich bei mir ein bisschen in die Tiefe gegraben. Und was finde ich meine alte Schlucht? Da mit diesen... äh... ... mit diesen Mielen und so weiter. Da bin ich da gar nicht rein. Hier finde ich da nie wieder raus. Wenn sie mal wüssten. Rechts. Hä? Hoch, links. Links. Hoch gucken, weiter weg. Den Berg da? Ja. Ja. Scheiße. Ist auch wieder da. Ist auch immer wichtig. Ich hätte mich in die Lama rausgefunden. Ja. Ja. Warum klappt das nicht? Was wird es dann? Wird es dann schalten? In den Pisten. Was sagst du vor? Ja, mit Redstone haben wir bisher noch nicht so viel gemacht, ne? Hä? Ich hab die ganze Zeit Smaragblöcke abgebaut. Aber eben... Die Farm wird nicht funktionieren. Hä? Die Farm wird nicht funktionieren. Was für eine Farm wird sie bauen? Ja. Ja. Nein. Wie kommt das auf! Die Farm wird die Kaffeeck oder so.